Was geht, Leute? Mein Name ist Leute. Willkommen zu einem neutem Video hier in Black Ops 2. Oh, Mann! Ne, es geht, glaube ich, oder? Nein, Mann! Wieso ist das so gestört, Mann? Boah, meine CD ist kaputt, Alter. Oh! Ja, ich dachte am Anfang, das wäre ein Hacker-Lobby gewesen. Oh, oh! Es ist alles! Es ist alles wieder! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Sorry, sorry! Ich kann mich gar nicht konzentrieren! Es ist alles wieder okay! Oh, Gott! Es ist so lange her, mein Aiming, Alter! Wie? Wie schlecht ist das denn, bitteschön? Ach, du Scheiße! Ich kann gar nicht mehr zielen! Habt ihr das gesehen? Oh, okay! Ich denke, das liegt an der CD! Am Anfang dachte ich, das wäre ein Hack! Aber... Oh, Scheiße! Ich hätte weiterschießen müssen! Mist! Aber nein, es ist... Ach, ich kann... Ah, wieso kann ich nicht mehr zielen, Mann? Wie geht das nochmal? Wie zielt man vernünftig? Ne, jetzt mal ehrlich, ich habe es wirklich vergessen! Ist nicht so einfach, wenn man... Wenn man so ein Noob ist wie ich! So, zwei Kills, vielen Dank! Ja, genau, so ein Noob ist wie ich und auf einmal kriege ich Nuklear oder sowas! Nein! Ja, so viel zum Thema Nuklear, alles wird gut! Was für eine Empfindlichkeit habe ich? Ah! Ich habe die Empfindlichkeit hochgestellt, deswegen! Ich weiß wieder! Hab die Empfindlichkeit hochgestellt, Freunde! Weil ich, ähm... Gesnipet habe! Hab mit einem Kumpel... Nein! Okay, wisst ihr was? Ich lasse mich kurz mal die Empfind... Wow, auf 10! Ich spiele auf 4 normalerweise! Und ich habe mich schon gewundert, Alter! So, der Typ ist dort, da hinten! Hallo, komm mal raus! Hallo, nimmst du Drogen? So, ich glaube, er nimmt Drogen! Ich glaube, das war ein Ja! Ja gut, der läuft einfach irgendwo lang, keine Ahnung! Okay, das ist eine... Okay, ja gut, das ist eine einsambetriebene Schusswaffe oder sowas! Oder wie man sowas nennt mit dem überpoweredsten Visier ever! Sub-Bitch! Extrembedingungen! Yay, Baby! Oh yeah, Baby! Komm her, zeig dich, zeig dich, zeig dich! Ne, hier kommt hier nicht lang, leider! Gut, dann wollen wir mal da lang gehen! Hallo, kommt da jemand raus oder nicht, Mann? Ah, da hinten! Komm schon, tut ihn! Fuck! Ich will killen! Oh, ich führe nicht mal! Leute, ich bin da verlieren! Nein, ich will nicht... Wir können nicht verlieren gerade! Das ist jetzt nicht normal, oder? Ich verliere ernsthaft, Leute! Ach, du Scheiße! Komm her, zeig dich, zeig dich, zeig dich, Mann! Ach, du Pisser! Fast wäre ich tot! Ah, ich führe wieder, das ist nice! Wieso rennt er einfach da lang? Schauen die nicht... Habe ich irgendwie ein Aim-Bot oder sowas? Bin ich der Einzige, der auf die Karte schaut, oder? Nein! Oh, Mann! Jetzt hätte ich eine bessere Empfindlichkeit gebraucht, um ganz ehrlich zu sein, ja! Jetzt, ja! So, endlich führe ich wieder! Der Typ hat bis jetzt keinen einzigen Kill gemacht! Der ist bei 160 stehen geblieben! Ich glaube, der hat keine Lust mehr, glaube ich, einfach... Hinter mir! Da ist er! Keine Ahnung, was der vorhat, was will er später seinen Kindern sagen? Ich weiß es leider nicht genau! Oh ja, die Waffe ist nice! Ich liebe die Waffe! Ich liebe sie! So! Zeig dich, zeig dich! Nein, hinter mir, hinter mir! Nein! Ah! Ich hätte weiterschießen müssen! Gott, ich merke... Ich habe so lange kein Black Ops 2 mehr gespielt! Das ist unglaublich! Ich war auf einem Advanced Warfare Event, habe da Gameplays aufgenommen! Scheiße! Habe Gameplays aufgenommen, aber meine Festplatte will irgendwie nicht den Mund aufmachen! Ich weiß nicht! Sagt sie auch mal, wenn sie bei mir ist, aber... Aber ja, keine Ahnung! Kennt ihr das? Ihr steckt eure Festplatte rein! Ach, das sind ja alles so zweideutig irgendwie! Meine Güte! Ihr steckt eure Festplatte rein! Und da kommt nichts raus! Ich weiß nicht, was ihr drunter versteht! Ich kann es mir nicht erklären, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine! So, du musst... Nein! Nein! Gut, da hätte ich... Da hätte ich schon was machen können und zwar einfach nicht nachladen! Gut, ich fühle langsam ziemlich heftig! Haben mir überlegt, mehr so auf PC zu spielen, aber... Dann dachte ich mir, nee, ich will nicht so enden! Kein Spaß, wenn ihr PC-Spieler seid, aber... PC-Spieler sind halt sehr, sehr streng, wenn es um Gaming geht! Ein FPS-Lag und sie sind ultra sauer! Das kenne ich von meinem asiatischen Kumpel M-Core! Oh mein Gott, wie hat der mich denn bekommen? Meine Güte! Ach ja, war die Zeit schön ohne COD! Habe ich nicht einmal geschrien! Außer auch meine Nachbarn natürlich, aber ansonsten nicht so wirklich! Yay, jetzt kann ich snipen! Da ist diese Empfindlichkeit nicht so die besten... Hallo? Bist du... Drogenabhängig, Mann! Komm, zeig dich, zeig dich! Mann, was mache ich da? Okay, das Spiel ist gleich vorbei! Und eigentlich habe ich schon zu 100% gewonnen! Und ja, also... Damit eins klar steht... Das hat auf jeden Fall was mit der CD zu tun! Also es waren anscheinend doch keine Hacker-Lobbys! Aber naja, ich habe es trotzdem in den Titel geschrieben! Wieso auch nicht? Ich meine, zu dem Zeitpunkt dachte ich ja, das wären Hacker-Lobbys gewesen! Deswegen, es ist ja auch vollkommen egal! Ja, meine gute Internetleitung ist immer noch nicht da, wie ihr wisst! Deswegen, ähm... Ja, naja! Kriege ich bald! Da kommt die Danny Burnage-Woche, wo drei bis vier Videos hochkommt! Naja, drei bis vier nicht, aber... Zwei bis drei, okay! Bleiben wir dabei! Und dann geht es richtig ab! Also, Daumen hoch dafür, wenn ihr euch darauf freut! Und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat! Und ich die Gegner richtig geraked habe! Dieses Geräusch vor allem, ne? Okay, Spaß! Ähm... Ja, vielen Dank für euch zu hören und bis zum nächsten Video! Ciao!